Hallo meine Lieben, wir machen heute zusammen mit dem Rodrigo ein Ganzkörper-Training. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Ich starte kurz den Timer. Ich erkläre kurz die ersten Übungen. Dafür braucht ihr eine Kurzhange. Ich zeige die einfach und ihr macht die nach. So, dreht euch ein, schön in die Knie und wieder nach oben. Das Ganze machen wir fünfmal. Danach wechseln wir die Hand in die andere Hand und drehen uns wieder ein. So, auch wieder fünfmal. Danach die Übung. Wir strecken den Arm nach oben, gehen ganz tief in die Rocke, Arm runter und dann wieder hoch. Das auch fünfmal. Einmal, dann wechseln wir die Hand und wieder auf und runter. Das Ganze werden wir jetzt zehn Minuten am Stück machen. Die Übungen werden immer wiederholt, bis wir sagen Stopp, dann machen wir eine Minute Pause. Okay, dann fangen wir mal an. Okay. 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 Bye. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Das war's. Vielen Dank. 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 ... 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 ...... ... 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 ...... ...... ... Das war's für heute. 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 Oh, okay. Eine letzte Übung und Stand. Der Finisher. Und wie lange geht der? Der Finisher. Das ist ein bolliges Hüster. Und wie lange geht es mit dem Auslöser? Wir sehen uns beim nächsten Mal. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Jetzt ist es beim nächsten Mal. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.